Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Food Haul. Entschuldigt, dass ich einfach nicht schaffe, andere Videos hochzuladen, aber wir sind ziemlich getaktet im Moment. 1,95 Euro haben wir mit der App gespart. Ich zeige einfach mal, was wir mitgenommen haben gleich. Was haben wir drin stehen? Kartoffelsuppe, Pfannkuchen, Cordon Bleu mit Reis, Nudeln mit Ketchup, ganz einfach, Spaghetti Carbonara, Pizzasuppe und einmal Burger mediterran mit Pommes. Also diesmal haben wir sieben Gerichte. Falls eins halt nicht gemacht wird, dann wird es halt danach die Woche gemacht. Genau, ist ja jetzt nicht so tragisch. So, ich drehe die Kamera und zeige, was wir geholt haben. Ich schwenke wieder einmal rüber. Es kam schon einiges mit. Genau. So. Wir haben Himbeeren, Tomaten, die sind im Angebot. Paprika, zweimal Gurken, die sind auch im Angebot. Die Äpfel sind auch im Angebot. Die Pink Lady, die haben wir zweimal mitgenommen. Ist diesmal keine Sechser-Kombi, sondern ein Vierer. Zucchini haben wir Bio mitgenommen. Die andere war nur noch zwei Stück da. War zu wenig und auch voll wie die Kleinen. Die hier haben ja vernünftige Größe. Wiesing haben wir mitgenommen. Dann haben wir Gouda gerieben zweimal. Gouda entscheidend zweimal. Bio-Bananen. Jede Menge Blumenkohlblätter. Ich wollte auch einen Blumenkohl mitnehmen, aber die waren so mini. Da war ich zu geizig dafür, das Geld zu zahlen. Auch wenn die im Angebot sind. Aber mal im Ernst, das wäre ja fast der normale Preis dann dafür. Genau. Wir haben eine Kiste Bier mitgenommen. Das ist, wie viel ist das? 24,0,33. Genau. Zwei Fläschchen sind auch schon im Kühlschrank. Kevin wollte doch gerne Öl mitnehmen. Hat einmal Bio-Rapsöl und einmal Nativis-Olivenöl mitgenommen. Dann mussten Eier mit. 20 Stück. Wir haben viele Sachen, wo wir jetzt Eifel brauchen. Und die hatten nichts anderes außer die Bodenhaltung gerade da. Leider. Ja. Dann habe ich für mich, für die Arbeit wieder, Brot, Trink, Erdbeer mitgenommen. Ich trinke die wirklich nur noch auf der Arbeit. Äh, äh, äh. Ist furchtbar, ne? Kann ich mir jetzt einlassen. Das ist im Angebot. Kam mit. Butter fürs Backen. Da habe ich schon wieder ehrlich gesagt. Meine Güte. Ja. Feta. Dann Speisequark. Dann Speisequark. Magerstufe aber. Also ohne Sahne. Tzatziki hat Kevin haben wollen. Dann habe ich, ähm, mir die günstige Marke angucken wollen. Karclassic Favorites. Gibt es aus dem Glas welche? Hatten die aber nur, ähm, Naturjoghurt da. Und dann ist der hier auch im Angebot gerade. Und der griechische ist nochmal ein bisschen, weiß ich nicht, geschmackvoller wie nur Naturjoghurt. Also wie der klassische Naturjoghurt, ne? Und, ähm, dadurch, dass der jetzt günstiger war als der Kaffee-Wolz, habe ich natürlich den mitgenommen. Ja. Kevin hat zwei Spezi. Einen hat er gerade. Ähm, Schlagsahne. Dann Joghurt-Trink für Kevin wieder. Zitrone, Limette. Ich trinke im Moment meinen nicht so viel. Einen habe ich noch im Kühlschrank. Das ist im Angebot. Ähm, Lama Jun. Da sind drei Stück drin. Hat er zweimal mitgenommen. Genau. Die sind auch im Angebot. Dann hat Kevin zweimal mitgenommen. Das sind die Wok-Mudeln. Ähm, wir lieben diese eine, das ist ein Gericht da, diese Wok-Fahne, was Kevin da macht. Die haben wir gerettet. Die sind noch bis morgen haltbar. Sind, äh, günstiger. Puten-Biener. Damit die halt nicht weggeschmissen werden. Genau. Sandwich-Toast ist, ähm, mit der App günstiger. Dann haben wir Zucker. Zweimal. Sieht jetzt viel aus. Ist auch nicht im Angebot. Wir wollen nämlich Zuckerwatte machen. Da wollen wir ein bisschen mehr. Wir haben ja eine Zuckerwattenmaschine und wir machen das so selten. Wir wollten es am Kindergeburtstag machen, haben wir vergessen. Jetzt wollen wir es nachholen. Ähm, Kühne ist im Angebot. Und, ähm, dann haben wir geguckt. Aber die sind trotzdem günstiger. Also haben wir uns für die entschieden. Ähm, bei Kühne gibt es ja auch anderes als jetzt Gewürzgurken. Aber wir brauchten jetzt den Rest alles nicht. Ist ja auch Rote Beete und so ein Gedöns. Äh, ja. Ja, genau. Deshalb kamen die dann mit hier. Dann hat Kevin nochmal von der Eigenmarke zarte Bambuschbrossen mitgenommen. Ananas und Scheiben. Passierte Tomaten. Dann, äh, eine Packung Brötchen. Ich bin morgen arbeiten, so brauchen wir nicht so viel. Da ich ja nicht mit esse. Ähm, genau. Softe Kaubonbons. Dann Kottböller. Ist im Angebot. Äh, von der Wursttheke haben wir einen halben Fleischwurstring. Ist im Angebot. Und die, ähm, länglichen Mettenden. Diese Schinken mitenden. Mitgenommen. Drei Stück. Dann haben wir verschiedene Kleidung mitgenommen. Die von den Kindern zeige ich jetzt nicht. Außer Jamies Socken. Genau. Das sind die. Zehn, zehn Stück sind. Das war voll günstig für sieben Euro, glaube ich. Wann das noch nicht? Ähm, die waren auch günstig. Deshalb kamen die mit für Kevin. Genau. Solche hat er noch nicht. Mit so feinen, feinen Ripp. Äh, Kottböller ist im Angebot. Äh, essen wir sehr, sehr gerne. Deshalb kam das mit. Äh, falls mal eine Soße nicht gelingt. Haben wir gerne immer Tüten da. Und, ähm, da kam das mit. Schweine hatten wir noch nie. Und, äh, Geflügel hat Kevin gesehen. Gibt's jetzt neu. Haben wir dann auch mitgenommen. Pecolinis kamen mit. Äh, hier ist noch eine zweite Dose Ananas. Ich kann heute nicht mal sprechen. Es tut mir leid. Ich bin sehr übermüdet. Gehackte Tomaten kamen mit. Dann wurden sich von den Kindern gewünscht Mini-Muffins. Da haben wir so eine, ja. Backmischung jetzt mitgenommen. Kevin hat jetzt gesehen hier so, äh, aber ich meine, wir hätten das schon mal gehabt. Er meinte, er hat's noch nicht probiert. Aber ich meine, wir hatten das schon mal. Vielleicht weiß es einer von euch. Cocktailsoße von der Eigenmarke. Äh, okay. Gemüse-Mais. Ich hätte auch einfach nur Mais sagen können. Mais kam noch mal mit. Äh, zwei Döschen. Dann ist die hier im Angebot. Die kam deshalb einmal mit. Dann ist auch Tomaten im Angebot. Da ist aber weniger drin wie in dieser Tüte. Deshalb ist hier, wenn man das umrechnet, das ist trotzdem günstiger. Also kommen die auch noch mal mit. Und für Kevin zweimal die berühmischen Chips Paprika. Dann einmal Toilettenpapier. Ich hab's. Es tut mir unendlich leid, dass ich heute nicht so wirklich sprechen kann. Ich bin wirklich einfach übermüdet. Äh, es ist im Moment sehr anstrengend. Amalie ist krank. Und, ähm, ja. Bin arbeiten. Nächte sind halt nicht so prickelnd. Die letzten zwei Wochen. Und viel zu kurz, wenn man dann aufstehen muss. So früh. Ja. Anstrengende Tage. Viele Termine. Ja. Naja. Aber das kennt ja jeder. Von daher wollen wir uns nicht hier auskotzen. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es waren ein paar Inspirationen dabei. Ihr freut euch ja immer über den Foodroll. Deshalb bis zum nächsten Video. Tschüss.